Ein wunderschönen guten Morgen aus dem Hauptbahnhof Offenbach gerade auf dem Weg nach Hanau und dann weiter zum Dreh. Ich nehme euch heute mit zu einem meiner Drehs und zeige euch wie ein Tag ablaufen kann für mich. Wir sehen uns in Hanau. So, wir sind gerade in Hanau angekommen. Jetzt warten wir auf den X49 und fahren dann weiter. Ich fahre fast zweieinhalb Stunden jetzt, wo ich hin muss, also nach Büdingen zum Schluss. Wird ein wunderbarer Reise wieder mal. Die Nacht war kurz, dennoch haben wir unser Speck. Unsere Besten sind raus, wie immer. So, bis dahin. Warte mal auf den Bus. So, es ist aber leider Gottes. So, leider Gottes habe ich jetzt eine halbe Stunde zu warten. Da der Bus gerade, wie ich ankam, weitergefahren ist, den, wo ich brauchte. Denn ich muss jetzt umsteigen. Na toll. Dann warten wir auf die halbe Stunde. Na ja, mal gucken. Ein wunderschönen guten Morgen, am Frühjahrmorgen. Ja. Jetzt gehen wir wieder Richtung Bahnhof in Offenbach und holen den verdammten Zug. Heute mal eine ganz andere Strecke als gestern. Ich fahre erst nach Gelnhausen Stadt Hanau und von Gelnhausen nach Berlin. Mal sehen, wie diese Strecke heute ist. Ja. So, Tag 3. Das eigentlich nicht geplant war, im Film mitzumachen. Aber es macht riesen Spaß. Viele Leute kennengelernt oder viele neue Komparsen und ja, ein paar Profi-Schauspieler und Schauspielerinnen. Eine der bekanntesten ist die Uschi Glas, die mitspielt in diesem Film für Netflix. Ja, es ist nicht schlecht. Also, ich meine, ich habe ja jetzt einige hinter mir. Ich habe einiges schon an Dresst gehabt und, und, und. In der Normalbranche als Vor-Siege-Branche. Aber muss man lassen. Das ist okay. Ja. Macht mir auf jeden Fall ja, klar, Spaß. Das braucht man nicht so zu erklären. Mal sehen, was heute alles passiert. Ich bin in der Nähe angekommen, wo ich sein muss. Jetzt laufen wir direkt zum Krise und drehen zum dritten Mal oder am dritten Tag nochmal einige Szenen, einige Kleinigkeiten. Mal sehen, wie es wird. Sehr laut hier. Mal sehen, wie es wird. So. Bis dahin wünsche ich euch mal was. Hinter mir wird noch ein bisschen aufgebaut. Wir sind noch nicht so weit. Ja. Umgezogen bin ich ja schon. Als junger Mann. Als Son Hellenfeld. Tag 3 des Drehs. Mal gucken. Mal sehen, wie es wird. Heute gibt es auch Tiere. Heute kommen Ratten ins Spiel. Mal sehen, mal sehen. Oh, die Frisur sitzt nicht. Ich muss gleich nochmal machen. Na ja. Dann wollen wir mal Tag 3. So. Filmende. Jetzt, nach einem langen Tag, habe ich Feierabend hier. Super tolles Team. Super tolle Erfahrungen gemacht. Hier mit den ganzen Leuten. Hat mir gefallen. Ja. Mal sehen, wenn es soweit ist. Und mal sehen, wann dann, ja, der Film im Fernseher, äh, im Fernseher, in Netflix zu sehen ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Viel Spaß, wenn ihr es da reinschaut. Denkt dran, Teil 1 ist schon. Max und die wilde 7. Also, viel Spaß beim Reinschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der zweite Teil da ist. Von Max und die wilde 7. Bis dahin, Simeon. auch noch mega. Eine an der Zeit finden. Also, es welt okay. Achtung, Söhne. Geht direkt zu Ende, bis fort. Und schon mal schauen, Andreas? Da ich bin, wo auch in drei Linze an incub Survey haben wir yesterday. Und bitte nicht gleich, bạn immer wieder 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 die Bew EST betont, um Sie Yoksystem der Zeit finden. Dann haben wir ja recht viele Interpret nonprofit.